Köln, Tanja Shevchenko, 45, sorgte jüngst mit einem neuen Schnappschuss ihrer drei Kinder Jona, 12, Leo und Luis, beide zwei, für große Begeisterung bei den Fans. Vor allem Jona hatte es den Anhängern der Dreifach-Mama angetan, denn sie entdeckten ein Detail an der Schülerin, das die Follower staunen ließ. Tanja Shevchenko beginnt mit ihrer Familie schon bald ein neues Leben am persischen Golf, genießt zurzeit aber noch die letzten Wochen im heimischen Köln, wie ihre rund 300.000 Instagram-Fans täglich auf ihrem Kanal mitverfolgen können. Auch am Donnerstag meldete sich die ehemalige Alles-was-zählt-Darstellerin bei ihrer Community und berichtete von einem kleinen Ausflug mit dem Bollerwagen, den sie mit ihren drei Kindern und Familienhund Guido unternommen hatte. So hatten die fünf das schöne Wetter ausgenutzt und ein wenig frische Luft geschnappt, während Mama Tanja den Bollerwagen samt ihrer drei Kids einmal am Feld entlangziehen durfte, wie die 45-Jährige berichtete. In obligatorischer Manier hatte die Momfluencerin den Ausflug natürlich auch in Bildern festgehalten und einen Schnappschuss mit ihrer Community geteilt, auf dem Jona, Leo und Luis aus dem Bollerwagen heraus in die Kamera lächelten. Dankbar für diese drei wundervollen Geschöpfe, schrieb die noch Kölnerin stolz zu dem Foto. Tochter Jona sieht aus wie junge Tanja Schewschenko auf dem Eis. Den Fans der einstigen Eiskunstlauf-Fee stach dabei allerdings eine Sache besonders ins Auge, die enorme Ähnlichkeit zwischen Tanja und ihrer Großen. Jona sieht aus wie ihre Mama, stellten die Fans in der Kommentarspalte des Beitrags fest und staunten regelrecht über die neueste Aufnahme der Zwölfjährigen. Denn etliche Follower bekundeten, dass die Teenagerin optisch immer stärker an die junge Tanja Schewschenko auf dem Eis erinnere. Nicht immer sehen sich Mütter und Töchter dermaßen ähnlich, hielten die Fans fest und honorierten den neuesten Schnappschuss der drei mit tausenden Likes. Und dann sehen Sie sich Mütter und Töchter auf dem Eis.